Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit einem Fall, bei dem eine elektrische Spannung auf einem Neutralleiter auftreten kann. Dabei gehe ich nun davon aus, dass der Neutralleiter geschaltet oder durch einen Fehlerfall unterbrochen wird. Ich frage mich nun dabei, wie sich die Sicherung verhält, der FI-Schutzschalter bzw. die RCD, welche Messwerte hier auftreten und ob es eine Sternpunktverschiebung gibt. Zunächst zur Sternpunktverschiebung. Die Sternpunktverschiebung ist ein äußerst kritischer Fall. Ich verweise hier auf ein entsprechendes Video. Da die Sternpunktverschiebung auf gar keinen Fall auftreten darf, werden Neutralleiter nicht abgesichert und in aller Regel auch nicht geschaltet. In diesem Video werde ich allerdings einen Fall betrachten, bei dem es keine Sternpunktverschiebung geben kann. Denn ich muss mich in einem Drehstromsystem befinden, sonst gibt es keine Sternpunktverschiebung. Es müssen also mindestens zwei Außenleiter beteiligt sein und das wird bei den folgenden Betrachtungen nicht der Fall sein. Hier sei aber noch mal eine ganz klare Warnung ausgesprochen. Wird der Neutralleiter unterbrochen? Warum auch immer, so ist die Gefahr einer Sternpunktverschiebung mit all ihren negativen Folgen sehr groß. In diesem Bild sehen wir ein vollständiges TN-CS-System, bei dem ich allerdings den R da in der Anlage nicht eingezeichnet habe, da er für diese Betrachtung keine Rolle spielt. Ich schaue mir drei Fälle an. Zunächst einen ordnungsgemäßen Stromkreis. Alle drei Stromkreise sind mit einer RCD und einem Leitungsschutzschalter ausgestattet. In diesem Stromkreis wird eine Lampe geschaltet und der Schalter befindet sich im Außenleiter. Ist der Schalter geschlossen, so leuchtet die Lampe, ist er geöffnet, so leuchtet die Lampe nicht. Genau das gleiche ist allerdings auch hier der Fall. Hier wird allerdings der Neutralleiter geschaltet. Ist der Schalter geschlossen, so leuchtet die Lampe, ist er geöffnet, so leuchtet sie nicht. Es ist trotzdem eine falsche Installation und durchaus eine gefährliche Installation. Warum, das werden wir gleich sehen. In vielen Fällen wird diese falsche Installation aber niemals auffallen. Wann kann es nun kritisch werden? Und zwar genau dann, wenn der Schalter geöffnet ist. Ich habe nun in diesem Anlagenteil zwei blaue Leitungen. Die eine ist tatsächlich nach wie vor der Neutralleiter. Die andere Leitung hingegen ist jetzt eine Verlängerung des Außenleiters. Denn das Potenzial dieses Abschnittes wird nicht mehr auf das Neutralleiterpotenzial gezogen, sondern über die Lampe auf das Potenzial des Außenleiters. Das führt nun dazu, dass ich zwischen diesem Neutralleiterabschnitt und dem Schutzleiter bzw. diesem Neutralleiter jeweils 0 Volt messe, wie erwartet, zwischen dieser blauen Leitung, die ja jetzt dem Außenleiter entspricht, dem Schutzleiter bzw. diesem Neutralleiter messe ich jetzt allerdings 230 Volt. Genau das gleiche gilt natürlich auch hier. Messe ich zwischen diesen beiden blauen Leitungen, so werde ich 230 Volt messen. Das ist ja wohl in vielen Fällen unerwartet. Die hier geschaltete Lampe darf ich mir natürlich als einen Widerstand vorstellen. Ich nehme in diesem Fall an, dass es sich um einen Widerstand mit 23 Ohm handelt, was einem Verbraucher mit 2300 Watt entsprechen würde. Welche Spannung messe ich nun in diesem System? Wie bereits gesagt, messe ich von hier nach dort, so messe ich 230 Volt. Das gleiche gilt, wenn ich von diesem Abschnitt zum Schutzleiter oder diesem Neutralleiter messe und von diesem Neutralleiter gegenüber PE oder N werde ich natürlich weiterhin 0 Volt messen. Welche Werte treten nun auf, wenn ich tatsächlich gegenüber Erde messe? Diese drei Widerstände, der Verbraucherwiderstand, der Innenwiderstand meines Messgerätes und der Übergangswiderstand zur Erde liegen bei dieser Messung in Reihe. Dieser Widerstand ist gegenüber dem Innenwiderstand meines Spannungsmessgerätes sehr klein. Ich nehme hier einmal 50 Kiloohm an und ich nehme in diesem Fall einmal 50 Kiloohm für den Widerstand der Messleitung zum Erdreich an. Gegenüber diesen beiden Widerständen ist dieser Wert vernachlässigbar klein, sodass die 230 Volt ziemlich genau zur Hälfte auf das Messgerät und diesen Übergangswiderstand entfallen. Das heißt, mein Messgerät zeigt mir in diesem Fall tatsächlich gegenüber Erde einen Messwert von 115 Volt an. Der Wert kann natürlich auch ganz andere Ergebnisse liefern, denn er ist erheblich abhängig von dem Übergangswiderstand zur Erde. Hier kann man also alle möglichen Werte messen, mit denen man ganz sicher nicht rechnet. Es ist daher sehr viel günstiger, wenn man die Messung tatsächlich gegenüber einem sicher vorhandenen Neutralleiter oder Schutzleiter vornimmt. Der Strom, der über diesen Weg fließt, ist natürlich sehr klein und somit werden in dieser Situation weder der FI-Schutzschalter noch die Sicherung reagieren. Wie gefährlich ist nun diese Situation, wenn nicht ein Messgerät mit diesem Teil der Anlage in Berührung kommt, sondern ein Mensch? Würde der Mensch nun bei geschlossenem Schalter diesen Bereich berühren, so wäre er mit dem Neutralleiter verbunden, der gegenüber Erde so gut wie keine Potentialdifferenz hat und damit wäre das Ganze für ihn völlig ungefährlich. Ganz anders sieht das allerdings aus, wenn der Mensch bei geöffnetem Schalter diesen Teil der Leitung berührt. Möglicherweise wird er nicht vermuten, dass von diesem Abschnitt eine Gefahr ausgeht, denn diese Leitung ist ja blau gekennzeichnet. Sein eigener Körperwiderstand, den ich hier mit 1000 Ohm annehme, der Widerstand der Lampe und der Übergangswiderstand zur Erde liegen nun aber in Reihe an 230 Volt. Und je nachdem, wie groß dieser Übergangswiderstand ist, wird eine bestimmte Spannung, die Berührungsspannung an diesem Menschen abfallen. Dieser Wert der Berührungsspannung ist ja ganz entscheidend von diesem Übergangswiderstand zur Erde abhängig. Ist er klein, so nimmt die Spannung gegenüber Erde nahezu den Wert von 230 Volt an. Ist dieser Übergangswiderstand etwas größer als 1000 Ohm, so wird die Berührungsspannung 100 Volt betragen. Wie reagieren nun die Sicherung und die RCD auf diese Situation? Wenn die Situation nun genau so ist, dass tatsächlich eine Berührungsspannung von 100 Volt auftritt und der Mensch 1000 Ohm hat, so ist der Strom über diese Strecke sehr einfach zu berechnen, denn ich kann die Berührungsspannung durch den Widerstand des Menschen teilen und komme auf 0,1 Ampere bzw. 100 Milliampere. Diese 100 Milliampere werden tatsächlich über diese Strecke fließen. Da aber nun die RCD darauf reagiert, wird es nach kurzer Zeit zu einer Abschaltung kommen, denn die RCD wird ja spätestens bei einer Differenz von 30 Milliampere abschalten. Es sei aber nochmal gesagt, dass für den Zeitraum der Abschaltung dieser Strom tatsächlich fließt und dass daher auch in dieser Situation eine gewisse Gefährdung angenommen werden muss. Insbesondere dann, wenn dieser Übergangswiderstand z.B. durch Wasser sehr klein ist. Wäre keine RCD vorhanden, sondern nur die Sicherung, so würde es natürlich nicht zu einer Abschaltung kommen. Denn warum sollte diese Sicherung bei einem Strom von 100 Milliampere schalten? Sie wird niemals schalten. Das heißt, die Gefahr für diesen Menschen wäre damit extrem groß. Wieder einmal sieht man, dass keine Anlage ohne RCD betrieben werden sollte. Schon gar keine Neuinstallation. Ja, ich hoffe, es war gut nachvollziehbar, warum das Berühren einer blauen Leitung in einer laufenden Anlage gefährlich sein kann, obwohl man das ja zunächst nicht vermutet. Ich hoffe, Sie konnten meinen Gedankengängen folgen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.